Peter Ramsauer ist ein deutscher Politiker. Ramsauer war vom 28. Oktober 2009 bis 17. Dezember 2013 Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Kabinett Merkel 2. 2005 bis 2009 war er Vorsitzender der CDU-Landesgruppe und erster stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Im Oktober 2008 wurde Ramsauer zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Bei der Bundestagswahl 2009 war er Spitzenkandidat der CSU-Leben. Nach dem Abitur 1973 am staatlichen Landschulheim Marquardstein absolvierte Ramsauer ein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München, das er 1979 als Diplomkaufmann beendete. Gleichzeitig machte er eine Lehre zum Müller, die er 1977 als Geselle abschloss. 1980 bestand er die Meisterprüfung. Seit 1981 ist Ramsauer Gesellschafter des Familienbetriebes Ramsauer-Talmüller. K. 1985 erfolgte an der LMU München seine Promotion zum Dr. OEC Pube, mit der Arbeit wirtschaftliche Ziele und Effekte der Gebietsreform in Bayern. Bereits als Schüler wurde Ramsauer 1972 Mitglied der Jungen Union und 1973 auch der CSU. Ab 1983 war er stellvertretender Landesvorsitzender der JU in Bayern. Von 1992 bis 1998 war er stellvertretender Landesvorsitzender der heutigen Mittelstandsunion der CSU. Am 25. Oktober 2008 wurde er auf einem Sonderparteitag in München zum stellvertretenden Parteivorsitzenden gewählt. Im Mai 2015 kündigte Ramsauer an, beim Parteitag im November nicht mehr für den stellvertretenden Parteivorsitz kandidieren zu wollen. Von 1978 bis 1991 gehörte Ramsauer dem Stadtrat von Traunreuth an. Seit 1984 ist er Kreisrat des Landkreises Traunstein. Seit 1990 ist Ramsauer Mitglied des Deutschen Bundestages. Am 17. Oktober 1991 stimmte Ramsauer im Bundestag gegen die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als endgültige Grenze zwischen der wiedervereinigten Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen. Er war von 1998 bis 2005 parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-Landesgruppe und der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Am 21. November 2005 wurde er als Nachfolger von Michael Glos zum Vorsitzenden der CDU-Landesgruppe und damit zum ersten stellvertretenden Vorsitzenden der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gewählt. Im 18. Deutschen Bundestag ist er Vorsitzender des Ausschusses für Wirtschaft und Energie. Ramsauer ist stets als direkt gewählter Abgeordneter des Wahlkreises Traunstein in den Bundestag eingezogen. Bei der Bundestagswahl 2009 war er erstmals Spitzenkandidat der CSU und wurde mit 54,6% der Erststimmen erneut wiedergewählt. Sein bestes Ergebnis erreichte er in der namensgleichen Gemeinde Ramsauer mit 69,4%. Vom 28. Oktober 2009 bis zum 17. Dezember 2013 war Ramsauer Bundesminister für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung. Am 14. Dezember 2013 informierte CSU-Parteichef Horst Seehofer Ramsauer, dass er im Kabinett Merkel 3 keinen Ministerposten mehr erhalten werde. Sein Nachfolger wurde Alexander Dobrindt Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur. Ramsauer befürwortet wie Horst Seehofer die Einführung einer Pkw-Maut für Reisende aus dem Ausland. 2009 forderte er, Infrastrukturmittel zugunsten westlicher Bundesländer umzuverteilen. Den von Sigmar Gabriel im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2013 geäußerten Plan, ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen einzuführen, lehnte Ramsauer entschieden ab. Zur Stärkung der Wirtschaft forderte Ramsauer im Oktober 2014, den Mindestlohn und die Rente mit 63 vorläufig auszusetzen und die deutsche Beteiligung an den internationalen Wirtschaftssanktionen gegen Russland und den Iran zu beenden. Die vom Koalitionspartner SPD geforderte Frauenquote beschrieb er als unsinnig. Das im November 2014 von der Bundesregierung vorgestellte Klimaschutzprogramm lehnte Ramsauer ab und sah in ihm eine Anleitung zur Bevormundung und zur Umerziehung. Einzelne Vorschläge wie die Aufforderung an Beamte zum Radfahren bezeichnete er als lächerlich. Im Kontext der griechischen Staatsschuldenkrise kündigte Ramsauer im Februar 2015 an, im Bundestag gegen eine Verlängerung der Finanzhilfen an Griechenland stimmen zu wollen und führte als Begründung an, dass die griechische Regierung durch ihre Politik die gegenseitige Solidarität aufgekündigt habe. Ramsauer ist Mitglied der Europa-Union-Parlamentariergruppe Deutscher Bundestag. Zudem ist Ramsauer seit Juli 1973 Mitglied der Münchner Burschenschaft Franco Bavaria, die Mitglied der Initiative Burschenschaftliche Zukunft ist. Ramsauer ist katholisch. Er ist verheiratet und hat vier Töchter. Er ist mit der Cousine von Sandra Bullock verheiratet. Er selbst begrüppte Pläne als Pianist ins Bühnengeschäft einzusteigen, spielt aber heute noch Klavier. So nahm Ramsauer für die Benefiz-CD Adagio im Auto, zusammen mit dem Orchester der Deutschen Oper Berlin das Andante aus Wolfgang Amadeus Mozarts, Klavierkonzert Nummer 21 in C-Dur auf. Von Parteifreundinnen wurde er lange als Ramses, teilweise auch als Zar Peter, bezeichnet. Ramsauer ist seit Juni 2014 Präsident der Gaufer. Diesem Verein, der die Handelsdokumente von Unternehmen, die in arabische Länder exportieren wollen, vorlegalisiert, wird die Unterstützung des Israel-Boykotts durch arabische Staaten vorgeworfen. Auszeichnungen 2004 Bundesverdienstkreuz 2006 Bayerischer Verdienstorden 2011 Sprachwahrer des Jahres 2010 Auszeichnungen Bundesverdienstkreuz Vor Documentation Exzene Übergang 2020 2010 Lesder